Hallo zusammen, weiter geht's. Der siebte Podcast. Heute wird es richtig gut, richtig stark. Ich weiß, ich sage das immer vor jedem Podcast, aber diesmal haben wir zwei profilierte Gäste, die stets polarisieren, weil sie eine Meinung haben, weil sie stehen bleiben, auch im Gegenwind. Und das macht Spaß und deswegen freue ich mich heute auf Anna Schneider. Herzlich willkommen. Und auf Richard David Precht. Anna Schneider ist in Klagenfurt geboren, in Österreich, hat Jura studiert, Kunstgeschichte, ist Journalistin, hat für die NZZ gearbeitet, ist jetzt bei der Welt. Und der letzte Artikel hieß, ist Wandern im Wald rassistisch. Das Buch hieß, Freiheit beginnt beim Ich. Ein Zitat, Freiheit ist nichts für Feiglinge. Das heißt, also der Feigling ist, hat keine Freiheit? Das ist so. Kurze Antwort. Richard David Precht, ja, er ist einer der ganz, ganz großen Philosophen, über den wahrscheinlich noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird. Er hat ja über 20 Bücher geschrieben. Ich glaube, ungefähr die Hälfte davon Bestseller. Wenn ich Fußnote setzen darf, ich komme ja aus einer Buchhändler-Familie, also meine Eltern haben viel Geld mit ihm verdient. Viele Grüße an dieser Stelle nach Hause. Er ist in Solingen geboren, hat einen unglaublich erfolgreichen Podcast mit Markus Lanz, ist ZDF-Moderator. Und ja, er ist der Mann schlechthin. Und ich kann ja mal erwähnen, also als ich unterwegs war und habe gesagt, ich treffe Richard David Precht. Herr Precht, da haben die einen gesagt, super Typ. Und die anderen haben gesagt, der geht gar nicht. Ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, ach interessant, ja, ich höre es mir mal an und dann bilde ich mir meine Meinung. Wie kommt das? Ja, ich würde mal sagen, everybody's darling is everybody's depp. Und wenn man nuancierte Meinungen zu bestimmten Dingen hat, dann muss man damit rechnen, dass es auch viele Leute gibt, die die Dinge anders sehen. Und wenn das häufiger hintereinander vorkommt, dann führt das dazu, dass man auf der ganzen Linie von Menschen abgelehnt wird. Aber damit muss man leben können. Und ich glaube immer, wenn man versucht, irgendwas zu bewegen, muss man das gegen den heftigen Widerstand von Menschen machen, die die Dinge völlig anders sehen. Und das ist ja auch ihr gutes Recht. Sie sind auch viel unterwegs, ganz normalen Zügen, sitzen dort, werden wahrscheinlich oft angesprochen. Wie sind da, die aufeinandertreffen? Ja, die sind natürlich dadurch positiv, dass die Leute, die einen nicht leiden können, einen nicht ansprechen. Also kriege ich wahrscheinlich ein positives, verzerrtes Bild von mir. Viele Leute haben Fragen, interessieren sich und das ist schon wichtig. Also es gibt eigentlich keine Bahnfahrt, vor allem wenn man im Speisewagen sitzt, wo man nicht in Diskussionen kommt. Und wir haben auch schon Situationen erlebt, da hat mich jemand was gefragt und dann kam noch jemand dazu und am Ende diskutierte das ganze Abteil. Also war der ganze Speisewagen ein einziger Debattierclub geworden. Also sowas kommt gelegentlich auch vor. Ja gut, braucht man fast ein Mikrofon. Frau Schneider, wie ist es bei Ihnen, wenn Sie auch mal erkannt? Es ist lustig, es wird nicht mal annehmen, so oft vermutlich wie Herr Precht, aber als ich jetzt gerade in Wien war, sowohl am Hin- als auch am Rückflug. Und beim Hinflug war es T.S. Ullmann, das hat mich natürlich besonders gefreut. Ja, super, super. Ja, wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich glaube, die ganz, ganz große Frage ist, wie entwickelt sich die Gesellschaft in einer Zeit, wo nichts mehr so ist wie früher. Wir erleben tektonische Machtverschiebungen. China wird zum Weltspieler. Die Amerikaner haben nicht mehr die Funktion der Weltpolizei inne, sondern denken verstärkt an die eigenen Interessen. Und Europa muss aufpassen, dass es nicht zum Spielball wird. Wir haben das große Thema Klima, das Megathema Migration und total irre. Du hast irgendwie das Gefühl, die Leute sind total gestresst, weil alles irgendwie immer schneller geht. Herr Precht, Sie haben es ja auch, glaube ich, in meinem Buch mal schön skizziert, die verschiedenen Revolutionen. Ich glaube, die erste industrielle Revolution hat irgendwie 100 Jahre gedauert von der Agrarwirtschaft bis zur ersten großen Industrie. Die zweite dann Fließbandarbeit, Massenproduktion, die Hälfte, vielleicht nicht so mehr. Die dritte Mikroelektronik, Robotik, 25, 30 Jahre. Jetzt sind wir in der digitalen Transformation, 10, 15 Jahre. Vielleicht sind wir jetzt am Ende und gehen in die fünfte. Ich glaube, was ein Quantencomputer jetzt in wenigen Sekunden schafft, dafür braucht ein herkömmlicher Hunderte von Stunden. Und die künstliche Intelligenz ist ja auch eines ihrer Themen, ist so auf dem Vormarsch, dass die Prognostiker sagen, in zehn Jahren gibt es kein Berufsbild mehr. Klammer auf. Viele Berufsbilder kennen wir heute noch gar nicht. Ich klammer zu, dass nicht von künstlicher Intelligenz zumindest unterstützt wird. In so einer Zeit sind die Menschen völlig überfordert. Sie sind gestresst und vieles mehr. Und wir schaffen es nicht mehr, als etablierte Parteien in vielen Bereichen alte Orientierung zu geben. Und wie kommen wir da raus? Also erstmal ist das, glaube ich, völlig verständlich. Jede große gesellschaftliche Revolution und der Ausgangspunkt dafür sind nicht die politischen Revolutionen, sondern die wirtschaftlichen Revolutionen. Weil die wirtschaftlichen Revolutionen irreversibel sind. Politische kann man wieder rumdrehen, wirtschaftliche kann man nicht mehr rumdrehen. Und die führen immer zu heftigen Gegenbewegungen. Also man denkt bei der ersten industriellen Revolution an die Maschinenstürmer und all die Leute, die wilde Kämpfe gegen den Kapitalismus gemacht haben. Bisschen zum Kommunismus als Gegenbewegung gegen die erste industrielle Revolution. Also das ist völlig normal, weil das gleiche hat es dann später auch wieder gegeben. Nämlich die wahnsinnige Beschleunigung, zweite industrielle Revolution, Entstehung der Massenkonsumgesellschaft, Weimarer Republik. In der Weimarer Republik änderte sich nach dem Kaiserreich für die Menschen alles. Vorher ein autoritärer Staat, jetzt eine freiheitliche Demokratie, mit der man überhaupt gar nicht umgehen konnte. Kulturelle Revolution, Psychoanalyse kam auf. Aber es ging langsamer voran. Das Bild des Menschen, das ging sehr schnell, in den 20er Jahren sehr, sehr schnell. In den 20er Jahren, das war die Zeit, wo ähnlich wie heute Inflationsheilige auftraten. Das heißt also zur Zeit der Inflation, Leute mit Erlösungsfantasien müssen alles ganz anders machen, müssen so machen und der Mensch ist eigentlich das und der Mensch ist das. Und zurück zur Natur oder zurück zum christlichen Glauben und was auch immer. Es gab ein Festival der Ideen, aber was blieb am Ende übrig? Dieses Gefühl des Unbehagens, die Mehrheit der Menschen hatte ein wahnsinniges Unbehagen in dieser sich rasant beschleunigten, elektrifizierten Moderne. Und der Nationalsozialismus ist eine Folge davon, hat auch andere Gründe, aber es war sozusagen wieder zurück in ein festes Gehäuse. Das macht uns jetzt aber wenig Mut. Ja, das ist in der heutigen Zeit eben auch so. Viele Menschen haben das Gefühl, innerhalb von weniger Jahren hat sich ihre Lebenswelt komplett verändert. Also Deutschland hat sich, wenn man sich guckt, seit der Wiedervereinigung in einem dermaßenen Tempo verändert. In der ganzen Art, wie wir zusammenleben, vom Smartphone angefangen über das Internet, über unsere politischen Debatten, Kulturen, Themen und so weiter. Und das ist was, wo viele Menschen sich nicht mehr wiederfinden. Und die Haltung ist dann, man gibt den Regierenden oder den etablierten Parteien die Schuld daran. Und man baut ein Schema auf, das sind sozusagen die Eliten, die leben in ihrem eigenen Saft. Und die sind für all das verantwortlich. Und wir sind die, die nicht mehr in der Politik vorkommen. Und daraus speist sich dann zum Beispiel die AfD und daraus speist sich die Polarisierung der Gesellschaft in die, die konformistisch sind. Die sagen, wir müssen mit all dem mitgehen. Und diejenigen, die sagen, wir gehen mit gar nichts mehr mit. Und diese Radikalisierung erleben wir gerade. Frau Schneider, ist das ein deutsches Phänomen oder ist das ein weltweites? Sind wir hier überproportional unterwegs oder wie schätzen Sie das ein? Nein, es ist mit nicht ein deutsches Phänomen. Wir haben noch keine, würde ich mal sagen, amerikanischen Verhältnisse, weil so verhärtet sind die Fronten nicht. Aber ich würde noch ganz kurz was dazu sagen, was Sie jetzt am Ende erwähnt haben. Nämlich, ja, da gibt es durchaus Menschen, die dann auch die AfD gerne wählen. Die sagen, die Eliten da oben, die hören uns nicht zu, machen nicht unsere Politik und so. Ohne denen jetzt irgendwie recht geben zu wollen in all den Analysen, ist es halt schon so, dass die sogenannten Volksparteien aus Gründen ja bröcklen. Wir reden jetzt nicht nur von der SPD, sondern auch von der CDU, die ja irgendwie drauf und dran ist, sich doch offensichtlich irgendwie neu aufzustellen. Und die eben merkt, dass da irgendwie ein Leerraum gelassen wurde, lange für Menschen, die da schon wen anderen wählen würden außer die AfD, wenn es es denn gäbe. Also das nur mal kurz dazu. Aber zu Ihrer Frage, also Deutschland ist, und da kam vor ganz kurzer Zeit eine Studie raus, die irgendwie die TU Dresden gemacht hat, wo irgendwie neun europäische Länder gemessen wurden, wie ist der Polarisierungsgrad, sofern man das überhaupt gut messen kann. Schaut in ganz Europa irgendwie ähnlich aus, also Deutschland ist da im Mittelmaß. Nur Polarisierung an sich wäre noch nicht das Problem, so wie die sogenannte Spaltung der Gesellschaft das nicht das Problem ist, wenn man es nämlich so betrachtet, dass Individuen hoffentlich immer auch andere Meinungen haben und das in einer liberalen, pluralen Demokratie sogar was Gutes ist. Nur Polarisierung bezeichnet ja eigentlich das, wenn man sich so davon entfernt, also wenn man Menschen mit anderer Meinung gar nicht mehr hören will, also abwertet, vor allem auch emotional. Und das ist das Problem. Und da wurde eben gemessen in dieser Studie, dass da in allen europäischen Ländern, aber auch in Deutschland die grünen Linken, also Menschen, die sich aus grünen Links identifizieren, ganz oben mit dabei sind, also in der Ablehnung anderer Meinungen, aber in Deutschland eben auch die AfD. Das heißt, wir haben es hier an beiden Ecken mit sich immer mehr radikalisierenden Rändern zu tun. Und ja, was soll man sagen? Das ist halt trotzdem, glaube ich, ein großes Scheitern unserer, das Wort kann man auch schon nicht mehr hören, aber Debattenkultur und den anderen akzeptieren, obwohl er eine andere Meinung hat als man selbst. Das schafft man ja selbst oft schon nicht im persönlichen Rahmen, aber ich glaube, dass das echt der Ursprung allen Übels ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich ja gar nicht zu einer Debatte kommen, wenn Protestparteien reüssieren mit einer Meinung, nee, wir sehen es anders. Wir sind dagegen. Naja, man muss zumindest mal das Angebot machen, oder? Und deswegen nochmal, auch wenn Friedrich Merz und auch sie jetzt selbst auf die Kappe kriegen, wenn sie in einer Schärfe Dinge formulieren, die man ja eigentlich aber einer konservativen Partei durchaus zurechnen kann, also meiner Meinung nach noch nicht übers Ziel hinausgeschossen sind, Stichwort Freibäder, dann muss man das eben mal machen und das muss mal wirken. Die Leute müssen das Gefühl kriegen, es gibt da vielleicht schon noch was anderes, was man wählen kann. Weil nochmal, ich halte nicht alle AfD-Wähler für Nazis oder vielleicht Nazis plus. Und das muss ja möglich sein. Also was kann man sonst machen als Politiker? Das ist natürlich die Frage an Sie, um diese Menschen wieder abzuholen, um noch so ein schlimmes Wort zu verwenden. Ich würde gerne zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was sagen. Also ich stimme Ihnen natürlich völlig zu und das steht ja auch in der Studie und das entdeckt sich auch in meinen Empfindungen, dass zunehmende Intoleranz nicht nur ein Problem ist mit der AfD, sondern zunehmende Intoleranz gibt es natürlich auch bei den Grünen. Und bei den Linken vielleicht auch, die spielen nur echte Linke, spielen in unserer Politik ja keine Rolle mehr, aber zumindest bei den Grünen. Nur, wo ich nicht zustimme, ist die Formulierung, es polarisiert sich an den Rändern, weil die Grünen sind kein Rand. Sondern die Grünen werden sozusagen als die Speerspitze des gesellschaftlichen Mainstreams empfunden. Von den Leuten, die die Eliten ablehnen. Das stimmt. Das sind sozusagen die, die das immer weiter in die falsche Richtung treiben, aus ihrer Sicht. Aber sie werden nicht als Rand wahrgenommen. Das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied, weil die AfD, selbst wenn sie mal 30 Prozent hätte, würde immer noch als gesellschaftlicher Rand stigmatisiert. Das ist dann aber eine ziemlich breite Kruste. Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Das war meine falsche Formulierung. Und ich meinte tatsächlich auch aus dieser Studie genau die, die Sie da bezeichnen, wo wir schon wieder bei diesem Elitendiskurs wären. Weil wer sind diese grünen, linken Menschen? Hauptsächlich Hauptstadtbewohner, die irgendwie gut situiert, studiert sind und so weiter. Also stimmt, Rand ist da falsch. Aber vielleicht kleine Gruppen sind es eigentlich noch, wo wir immer die AfD und ja, stimmt eigentlich auch die Grünen nicht mehr so, als kleine Gruppen sein können. Ja, aber wir driften insofern. Aber Interessantes ist diese, was Sie sagen, diese Intoleranz, die wachsende Intoleranz in unserer Gesellschaft. Das ist ja nun eine unglaubliche Veränderung. Also Sätze darüber, dass man Menschen, die im Freibad randalieren oder andere angreifen, schneller verurteilen muss. Banalität. Und man muss auch sagen, vor 10, 15 Jahren wäre es das Selbstverständlichste. Niemand hätte sich darüber aufgeregt, das ist eine völlige Bagatelle, das ist überhaupt kein Thema gewesen. Dass das überhaupt zum gesellschaftlichen Spaltungsthema bereits taugt, dann fragt man sich, was kann man überhaupt noch für Aussagen machen, die nicht zu gesellschaftlicher Spaltung dann führen. Die nicht sofort eine, wir haben ja eine Entrüstungskultur und einen Entrüstungspessimismus, der also jeweils dem anderen immer, das haben Sie auch gerade gesagt, miesest mögliche Motive unterstellt. Das ist sehr interessant. Früher wurde über Gefühle wenig geredet. Heute wird nur noch über Gefühle geredet. Und mein Gefühl ist das Legitimste, was ich habe. Mein Gefühl kann ja nicht falsch sein. Ich kann falsche Informationen haben. Aber ich kann nie falsche Gefühle haben. Und dann wird mein Gefühl zum Maßstab für die Dinge. Und dass das bei einzelnen Menschen so ist, geschenkt. Aber dass es auch medial so ist. Und dass man sozusagen aus dem Bauch heraus, aus einer Gefühlsüberzeugung, jemanden zu Tode moralisiert oder abwertet oder abqualifiziert. Und das in einer Phase, wo wir uns, Sie haben das gerade gesagt, in einer solchen unsicheren Weltlage befinden, wo wir über all diese Dinge vernünftig diskutieren müssen, weil es unglaublich schwer ist. Keiner weiß den richtigen Weg. Niemand hat Patenzrezepte für alles. Die meisten haben überhaupt keine Lösung, nur Kritik. Umso wichtiger wäre es, diese Debatten zu führen. Und die finden nicht mehr statt. Aber da haben die Medien eben auch eine hohe Teilverantwortung. Genau. Zwei Dinge vielleicht dazu. Das stimmt, wenn Sie sagen, vor zehn Jahren hätte da kein Haar nachgegriffen, wenn ein konsumtiver Politiker sagt, bräuchten vielleicht irgendwie schnellere Verfahren für Randalierer. Und trotzdem hat sie offensichtlich die konsumtive Politik zu lange irgendwie sich gemütlich gemacht oder ist ruhig geblieben. Oder hat sich tatsächlich eben aufgrund dieses eher gefühlig bedrückten Mainstreams nicht getraut, Dinge anzusprechen, wo sie es vielleicht hätte machen müssen. Eben weil es gemütlich in Regierungsverantwortung war. Und jetzt merken sie in der Opposition, sobald sie die Schärfe zeigen, sind natürlich die Medien das gar nicht mehr gewohnt. Richtig. Und wir wissen. Und wir werfen nicht in allen Medien vor, den Mainstream, den grünen, linken mitzuschwimmen. Aber es tun halt schon viele. Und wenn wir schauen, wer sich aufregt, kann man halt auch wieder durchzählen. Und das ist auch so ein Punkt, der mich in der Debatte immer stört. Vor allem grün-links-politisierte Menschen neigen ja dazu, die Welt so in gut und böse einzuteilen. Deswegen ist man automatisch schon böse, wenn man irgendwie rechts von Angela Merkel steht. Und das macht die Debatte natürlich noch viel schwieriger. Also da sind sie jetzt der neue Gott sei bei uns, weil um Gottes Willen, er will da irgendwie höhere Strafen, oder nicht mal höhere Strafen, einfach nur Rechtsstaat. Und da muss man, glaube ich, wirklich einfach diese Linie wieder durchbrechen. Und auch irgendwie okay machen, als konsultive Politiker dazu zu stehen, was man sagt. Aber ich will noch mal einen Schritt zurück. Die etablierten Parteien werden für die Veränderung verantwortlich gemacht. Das ist ja das, was Sie sagen, Herr Precht. Für Veränderungen, für die Sie zum großen Teil gar nichts können. Gar nichts können. Wo Sie selber Getriebene von Entwicklungen sind. Und Protestparteien sagen, wir machen es wieder so wie früher. Genau. Wenn man es so auf den Punkt bringt, ich meine, du siehst ja eine Situation in Ostdeutschland zum Beispiel, da hast du ja irgendwie kleine Orte, da ist die Sparkasse weg. Wenn du Glück hast, hast du noch einen Geldautomaten. Die Kneipe ist weg. Ich meine, das hat ja auch Gründe. Also die Sparkasse ist weg, weil die Leute alle digital irgendwie unterwegs sind und ihre Bankgeschäfte machen. Die Kneipe ist wahrscheinlich weg, weil die Leute sich abends nicht mehr in der Kneipe treffen, sondern vielleicht vorm iPad mehr sitzen oder in großen Städten sind. Das heißt, das ist ja nicht die Schuld von etablierten Parteien. Aber trotzdem haben die Leute das Gefühl, ich fühle mich hier abgehängt in diesem Lande. Welchen Fehler machen denn die etablierten Parteien? Oder anders ausgedrückt, was können etablierte Parteien machen? Ich will das jetzt gar nicht auf die CDU, die SPD und alle. Wir haben ja alle eine demokratische Verantwortung. Was müssen wir besser machen, damit wir da reingrätschen und diesen Zusammenhang nicht weiter laufen lassen können, dass wir verantwortlich sind für die Veränderungen, die es gibt? Also das Problem überhaupt mal auf großer Ebene anzusprechen, was die Parteien relativ wenig tun. Also natürlich auf kommunaler Ebene regen sich die Regierenden darüber auf. Aber auf Bundesebene ist das gar kein großes Thema. Was Sie beschreiben, ist ja nicht mehr und nicht weniger als der Verlust der bürgerlichen Kultur. Also wenn ich an meine eigene Heimatstadt Solingen denke, das ist kulturell versteppt. Ich habe die Glanzjahre Solings miterlebt. 60er, 70er, 80er Jahre. Das war wohl die Zeit blühte. Und die Stadt blühte. Und wenn man heute dahin kommt, denkt man, das ist eine verarmte Stadt im Osten. Da gibt es keinen Grund mehr, nicht mal samstags in die Fußgängerzone zu gehen. Da stehen ganz viele Läden leer. Da ist, ich vermute, kein einziger Eigentümer geführter Laden mehr übrig geblieben. Früher bestand es nur daraus. Und dann kamen die ersten Ketten. Eine Entwicklung, die schon lange vor dem Internet begonnen hat. Dass die großen Ketten den qualifizierten Einzelhandel vertrieben haben. Und irgendwann fiel alles, was damit zusammen ist. Die Stadtfeste, die dort stattfanden, der Wandertag und so weiter, alles nicht mehr statt. Und das heißt, wir finden also totale Versteppung vor. Und die Menschen fühlen sich nicht mehr in einem unmittelbaren Umfeld geborgen, wo sie ein elementares Zugehörigkeitsgefühl haben. Und das schürt das Misstrauen. Wenn ich jetzt quasi die positive Erfahrung von Politik im Wortsinne, also dass man gemeinsam und gesellschaftlich irgendwas gestaltet, dass man zusammen was macht, Polisbewohner ist. Wenn ich dieses Gefühl nicht mehr habe, sondern wenn ich eigentlich Internetnomade oder sowas bin, mit was soll ich mich denn dann noch natürlich identifizieren? Wo werden denn meine Werte, die ich habe, noch irgendwo in meinem direkten Umfeld gelebt? Und deswegen ist die Versteppung der Städte, und die haben wir bei ganz, ganz vielen Mittelstädten, haben wir im Osten, das ist natürlich ganz extrem, da war dieser Mittelstand nicht da. Aber nach der Wende konnte er auch nicht entstehen. Sondern sind die ganz Großen gekommen, quasi die Heuschrecken, und haben ihre Einkaufszentren dahin gebaut und haben überhaupt gar keine Möglichkeit, einer realistischen Stadtentwicklung zu. Das mal politisch anzusprechen und zu sagen, das ist falsch. Sich zu überlegen, ich meine, man hat die Steuerschraube, mit der man einiges machen kann. Man könnte den Online-Handel deutlich höher besteuern und könnte mit den Gewinnen, die man daraus macht, Strukturförderung in den Städten machen. Und die Frage ist, warum finde ich das in keinem einzigen Parteiprogramm einer politischen Partei auch nun mal entfernt als Forderung? Das heißt, das ist eine Sache, die ganz unmittelbar die Realität der Menschen betrifft und die ihren Gefühlshaushalt bestimmt und ihr Gemeinsinngefühl bestimmt, taucht gar nicht auf. Vermutlich müsste man es dann mindestens europäisch, wenn nicht weltweit. Aber Sie haben völlig recht nicht immer sagen, warum etwas nicht geht, einfach mal sich mit beschäftigen. Es würde reichen, wenn ein paar angrenzende Länder, die die gleichen Probleme haben. Denn was wir hier beschreiben, findet sich ja auch in französischen, in holländischen Städten und so weiter. Österreich ist ja genauso. Also ich bin ja immer begeistert, ich komme mir viel rum, wenn ich Stadtkulturen erlebe, die funktionieren. Freiburg wäre so ein Beispiel. Freiburg und Solingen sind in der Größe nicht besonders unterschieden. Die eine Stadt funktioniert, die andere funktioniert nicht. Aber die Solingen sind viel häufiger als die Freiburgs. Und selbst in Österreich ist es so, dass die Anzahl der dysfunktionalen Städte immer mehr anwächst. Und Sie brauchen das nicht global. Das reicht, wenn die angrenzenden Länder, wo sie sonst ihre Waren beziehen können, das machen. Also wenn Sie es wollen, reichen sechs, sieben Länder erstmal aus, um Deutschland rum und so weiter. Und Sie kriegen das, aber Sie müssen das wollen. Und der politische Wille ist nicht stark. Ich verstehe das total, aber das ist ja schon sehr kleinteilig. Ich finde, wenn man dann jetzt von außen drauf schaut, und was in den letzten Monaten in der Bundespolitik passiert ist, eben diese Menschen so. Das Beisel hat irgendwie zu, es gibt keine Bank mehr, etc. Vielleicht alle keine Digital Natives, gut. Und dann kommt von außen das Heizungsgesetz, das sagt, und übermorgen macht sie eine Wärmepumpe. Also da klafft schon sehr die Bundespolitik von dem auseinander, was eben ganz viele Menschen als Realität am Land empfinden. Und wir brauchen jetzt nicht dieses Heizungsgesetz durchdiskutieren, aber das war ja ein Meisterbeispiel dafür, wie man es ja nicht machen sollte, in Kommunikation und Umsetzung. Und da muss man sich dann eben nicht wundern, wenn die Menschen sagen, gut, aber eben, ich habe wirklich Verlustängste, ich fühle mich abgehängt. Das verstehe sogar ich und ich wohne eben in dieser Hauptstadt. Aber war nicht die Entkopplung der Regierenden zu den normalen Menschen schon immer groß? Ist das nicht ein normales Phänomen, weil es da die Politik gibt und hier die Menschen? Oder hat das jetzt nochmal richtig an Fahrt genommen? Tatsächlich, das wäre zwar ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, im Zeitalter der sozialen Medien ist das Gegenteil der Fall. Ich meine, das wäre wirklich ein ganz anderes Thema, aber dass man da auch den Respekt teilweise verliert, weil man die Menschen direkt vor der Nase hat. Weil vielmehr Politiker, sie ja nicht, dazu neigen, da noch wirklich eins zu eins zu kommunizieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber es ist wichtig, also erstmal, es ist faktisch so. Also wenn man die Rankings sich anguckt, wie war das Image von Politikern vor 20, 40 Jahren? Er war nie ganz gut, nie auf der Stufe von Ärzten. War irgendwie so im Mittelfeld und ist heute fast ganz unten. Ähnlich wie das von Medienschaffenden. Also auch völlig durchgereicht sind nach unten. Und ich denke, da haben Sie was Wichtiges angesprochen. Ein Politiker, der sich vollständig ausverkauft über Twitter, indem er zu allem seinen Senf, seinen Kommentar oder sowas hinzugibt und sich als Person mit jeder Gefühlsregung öffentlich macht. Vor dem hat niemand Respekt. Genau. Also wenn man sich anguckt, was für eine Aura Adenauer haben konnte, weil man über ihn eigentlich nichts wusste. Mir hat relativ wenig Interviews gegeben, kam man in einer Wochenschau vor und so weiter. Dann ist es leicht, ein großer Mann zu sein. Wenn man aber jeden Tag alles von sich gibt, dann wird man zunehmend an Respekt verlieren. Also hier würde ich auch sagen, ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum Twitter-Kanäle von Politikern genutzt werden. Warum Twitter? Twitter genutzt wird. Warum es genutzt wird? Ich würde es jedem empfehlen, nichts zu tun. Weil natürlich kann man kurze Punktsiege damit erzielen. Aber langfristig verliert man über das Medium. Also an alle Berater, die mich da beraten haben, ich müsste das unbedingt tun. Bitte hört auf. Moment, da habe ich auch noch einen zu dir. Ich bleibe dabei, ich bleibe raus. Aber genau das, oder? Weil nämlich Unnahbarkeit schafft eben den Respekt und die Hierarchie. Und ich spreche jetzt nicht davon, dass wir in einer Hierarchie leben, so Regierung ist über uns und unter uns, aber eben diesen Respekt, den man früher hatte, der ist jetzt, der schwindet. Man sieht es ja auch, ein Beispiel so Karl Lauterbach. Man sieht ihn in allen Sendungen dauernd, dann ist er auf Twitter noch unterwegs, macht auch manchmal ungeschickte Dinge. Das macht ihn viel zu angreifbar. Und die Leute haben dann wirklich keine Weißhemmungen mehr. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, was Twitter generell angeht, weil ich finde, das ist auch so ein, wenn man es benutzt, ohne dabei zu sein, ist es etwas anderes. Weil ich finde es in erster Linie, für mich auch als Informationsmedium, ein Wahnsinn. Man kann das genauso wenig ausklammern, wie man das Landleben ausklammern kann. Natürlich ist es eine Blase. Aber man sollte halt auch wissen, was in der Blase passiert, weil in dieser Blase tummeln sich eben alle unsere Hauptstadtjournalisten und auch viele Politiker. Und die beeinflussen ja, was passiert. Nämlich medial und dann auch politisch. Also da kann man schon viel verstehen, wenn man sich dort tummelt und sich dessen bewusst ist. Aber ich verstehe ihre Entscheidung, dort nicht zu sein, zumindest aktiv, weil es geht einfach zu oft nach hinten los. Man könnte natürlich einen Mittelweg finden und das als Pressemitteilungskanal. Bei mir ist es so, ich reche mich dann auf und dann habe ich zumindest die Aufregung weniger. Niemals wütend twittern. Macht jeder mal. Aber man sieht natürlich bei Twitter die Polarisierung in diesem Lande. Die sieht man einfach ganz klar, die zusehends da ist. Und Richard David Precht hat da einen Lösungsvorschlag. Er sagt, wir müssen wieder alles tun, dass sich die Menschen begegnen. Wir sind ja hier und dann in Segregation, gerade in den großen Städten. Wir sehen, wie die Privatschulen aus dem Boden schließen, dass Menschen sich absondern. Ich meine, wir reden ja nicht drüber und sagen, komm, ich führe dann halt mein eigenes Leben. Bestimmte Milieus treffen sich nicht mehr. Ich weiß nicht, wann Kinder aus Neukölln sich mit Kindern in Dahlem treffen. Ich glaube nicht, dass es da eine Fußballmannschaft gibt in der E-Jugend oder D-Jugend, wo das der Fall ist. Und jetzt sagt Richard David Precht, ihr müsst euch mehr begegnen und das muss zur Pflicht werden. Zwang. Nach der Schule oder wann auch immer. Vielleicht noch am Abschluss des Arbeitslebens. Ein Jahr, ein halbes Jahr, ein Jahr. Wir brauchen diese Pflicht. Wir müssen euch zwingen, dass ihr wieder miteinander redet. Dass ihr seht, es gibt Andersdenkende, die vielleicht auch eine Meinung haben und vielleicht sogar ist die Meinung auch richtig. Jetzt sind Sie jemand, die die Freiheit liebt und sagen, das ist ein Eingriff in die Freiheit. Wie kommen wir da jetzt raus? Weil in der Sache haben Sie ja das gleiche Ziel. Ich finde das ja fantastisch. In der Sache haben Sie das gleiche Ziel. Ja, ich bin absolut auch der Meinung, dass man miteinander sprechen muss. Ich glaube, wir sind politisch auch sehr oft nicht einer Meinung, aber wir auf die Idee nicht kommen, zu sagen, ich spreche nicht mit ihm. Und ich bin immer sehr irritiert, dass vor allem die, die immer nach Toleranz und Vielfalt rufen, die sind, die am allerwenigsten in Toleranz und Vielfalt leben. Außer es sind Hautfarben und Religionen. Aber ich finde es schon entbehrt nicht einer gewissen Perversität, dass die Politik, die lange genug, glaube ich, Dinge schleifen hat lassen, da Leute zurückgelassen, da hat sich nicht genug um Bildung gekümmert und so weiter und so weiter oder um innere Sicherheit. So, jetzt auf die Idee kommt, wir müssen den Bürger zur Solidarität erziehen und am besten durch Zwang. Also wir verstaatlichen da mal ein Lebensjahr von einem jungen oder alten Menschen, um alle auf den richtigen Fahrten Super, jetzt wird das Gespräch richtig gut. Ja, Solidarität zu bringen. Weiter. Ich finde das ganz schlimm, weil Solidarität, die ganze Corona-Debatte müssen wir uns nicht wiederholen, aber diese Tugend, die man aufbringt und zwar freiwillig gegenüber einer kleinen Gruppe, das kann man nicht erzwingen. Und auch ein, deswegen würde immer ein Pflichtlebnis sprechen. Man kann das Angebot machen, dass junge Menschen oder alte Menschen das freiwillig tun, weil das hat dann einen ganz anderen Wert auch für die ganze Gesellschaft. Aber Frau Schneider, Sie kommen da nicht an alle ran. Wir haben das damals auch gesagt, selbst bei der privaten Altersvorsorge. Wir wollen was für untere Einkommen machen. Heute Riester machen nur diejenigen, Was heißt an alle rankommen? Was wäre das Ergebnis von an alle rankommen, dass alle glücklich sind mit einer Rede? Es gibt einfach Gruppen, da können Sie noch 1000 Euro vor die Tür legen, vielleicht dann ja, aber es gibt halt Gruppen, die würden das nie machen. Aber ist das nicht eher ein Integrationsproblem und auch ein Bildungsproblem, vor allem in Städten? Herr Precht. Ja. Also, ich mag den Begriff der Pflicht und ich finde, dass wir immer stärker uns entpflichten, führt zur Entfremdung vom Staat. Das ist sozusagen die Ausgangsthese. Ja, also ich finde, dass der Staat taucht noch als der auf, der mir meine Steuern klaut und der mir verbietet, über rote Ampeln zu fahren und so weiter. Aber ein positives Verhältnis zum Staat baut sich eigentlich erst dann auf, wenn ich stolz darauf bin, dass ich etwas für den Staat getan habe. Dann fühle ich mich plötzlich wieder als Teil des Staates. Ich meine, wer ist denn der Staat? Das ist ja kein Abstraktum. Das sind wir ja letztlich, der Idee nach alle. Und das muss man irgendwie auch mal sinnlich oder unmittelbar spüren. Und wenn man das freiwillig macht, ja, was weiß ich, das haben wir jetzt. Wir haben fast ein Drittel der Menschen in Deutschland im Rentenalter sind freiwillig ehrenamtlich engagiert. Das ist auch großartig. Es wäre sehr gut für die Gesellschaft, wenn es deutlich mehr wären. Das kann man nicht zwingen, außer man macht eben ein solches verpflichtendes Gesellschaftsjahr, dass also einerseits auf der jungen Ebene, vor allen Dingen diese Qualität, den Karsten Nennemann gerade gesagt hat, dass Kinder ganz verschiedener Milieus zu den gleichen Dingen, ja, was soll ich sagen, angeregt werden. Sie müssen sie irgendwie machen, aber sie können sich ja ausrufen, was sie machen. Ich meine, ich habe Zivildienst gemacht, da habe ich eine Kirchengemeinde gemacht. Ich hätte mit Zivildienst auch ein Krankenhaus und so weiter machen können. Und ich kenne kaum jemanden, der nachher sagt, das war ein verlorenes Jahr. Da hat der Staat mir ein Jahr geklaut. Und ja, nein, sondern die sagen, ah, das war gut. Und ganz viele, die überwiegende Bevölkerung sagt auch, dass das Aussetzen der Wehrpflicht mit dem gleichzeitigen Aussetzen des Zivildienstes, dass das ein Fehler gewesen wäre, weil dieses Gefühl, dass man etwas für den Staat tut, wichtig ist für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Ich muss gar nicht erzählen, welche irrsinnige Bedeutung das in der Schweiz hat. Wo man das Militär, es ist in der Schweiz ja eigentlich militärisch nicht wichtig, als sozialer Kitt unglaublich wichtig. Und dass wir ein bisschen was davon haben, fände ich wichtig. Und zweitens bin ich auch für ein Gesellschaftsjahr, was am Ende vielleicht sogar noch das Wichtigere wäre, beim Renteneintrittsalter. Und dann natürlich jetzt keine 40 Stunden, sondern nur 20 Stunden in einer Tätigkeit eigener Wahl. Begründung. Ein Drittel aller Menschen über 65 ist vermutlich, ich sage das mal so schematisch, dafür nicht zu gebrauchen. Also wenn sie großer Menschenfeind sind oder wenn sie starke körperliche Gebrechen haben oder wenn sie sich müde und tot gearbeitet haben und so weiter, dann können sie sich davon befreien lassen. Ein Drittel macht es sowieso, für die ändert sich gar nichts. Die lassen sich das anrechnen, was sie sowieso machen. Aber sie ziehen ein weiteres Drittel von Leuten, denen das auch noch gut tut. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der Unterhaltungstalent hat und so weiter, aber überhaupt nichts Soziales macht, weil er in einer Welt lebt, wo niemand irgendwie sowas macht. Es gibt ja ganz viele Leute, die Milieus leben, wo das keiner macht. Und der würde jetzt anfangen, in einer Kinderkrebsstation den Kindern davor zu lesen oder mit Karten zu spielen oder die zu entertainen. Der hört nach dem Jahr nicht auf. Der macht das weiter. Und das Glück, was sie da für die Kinder bringen und für denjenigen, das ist unglaublich. Und das ist gelebter, gefühlter, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das ist gegen diese isolationistischen Tendenzen des Sich-Zurück-Ziehens. Ich finde das auch großartig, wenn man das zweite Jahr, das zweite Jahr ist deswegen wichtiger, weil die Leute mehr können. Sie können 18-, 19-Jährige für einige Dinge gebrauchen, aber für vieles auch nicht. Aber der ehemalige Sparkassendirektor, der Ingenieur, der Arzt und so weiter. Und wenn der das am besten noch in Afrika macht, ich bin ja auch ein großer Freund davon, dass wir direkte Partnerschaften mit afrikanischen Ländern machen sollten. Das schöne Thema Fluchtursachenbekämpfung, wo wir viel zu wenig machen. Übrigens der Punkt, wo ich immer sage, wenn die CDU gegenüber der AfD punkten wir in der Migrationspolitik, dann mit konstruktiver Fluchtursachenbekämpfung und nicht mit Abriegeln. Weil abriegeln will die AfD noch viel härter und am Ende von Mauern runterschießen. Sondern man muss sagen, wie man dafür sorgt, dass die Migrationsbewegungen, dass die gestoppt werden können. Das wäre das große Surplus, das man gegenüber der AfD hätte, weil da fällt der AfD nichts ein. Ist aber leider viel zu wenig passiert. So, wenn wir uns jetzt eine Partnerschaft mit Gambia oder Tansania oder sowas hätten und einige freiwillig von sich aus sagen, ja, das mache ich hier als Arzt oder als Ingenieur und beteilige mich daran und so weiter. Diese positive Erfahrung, das ist was, das bringt die Gesellschaft unendlich weiter. Das ist der Ersatz sozusagen für die weggefallenen Straßenfeste und Wandertage. Und ich glaube, dass wir das brauchen. Das war jetzt ein langes Plädoyer. Sie können das jetzt ganz heftig wiederlegen. Klingt alles total romantisch, schön und so, aber ich muss ja schon ganz viel... Ich glaube, das ist realistisch. Ich muss ja in ganz vielen Punkten mitsprechen. Also, dass ich Teil des Staates bin, merke ich spätestens jeden Monat, wenn ich meinen Lohnzettel anschaue und weine. Oder wenn ich daran denke, dass ich zwar in diese Rentenkasse ganz viel einzahle, aber ganz sicher nichts mehr herausbekomme. Also das ist ja der Punkt, wo ich verstehe, dass junge Menschen vor allem sagen, Freunde, nach dieser Corona-Pandemie, wo uns Lebenszeit noch und nöcher gestohlen wurde, uns jetzt zu erklären, wir sollen der Gesellschaft noch ein bisschen mehr zurückgeben von unserem Leben, indem wir da irgendwas Gutes tun, das passt in meinem Kopf einfach nicht zusammen. Und da widerspreche ich nicht mal, dass ich nicht dran glaube, an diese integrierende Funktion. Aber trotzdem, das muss... Man muss alles machen, bevor das kommt. Und in meinem Kopf wird es sowieso nie kommen. Aber da muss man eben freiwillige Sachen anbieten, weil Menschen merken, dass sie eben was lernen, was sie können und dann gern machen. Perfekt. Dann bleiben sie eh dabei. Aber aufgrund von Freiwilligkeit, nicht aufgrund von Pflicht. Und jeder hat die Beispiele, der sagt, ich weiß sie auch, ich kenne so viele Menschen im Zivildienst, die haben das ganz super gefunden. So, ich war ein kleines Bruder, der wurde schon später eingeschult, weil er im Oktober Geburtstag hat, egal, und musste dann vor dem Studium noch ein Jahr Zivildienst in Österreich anhängen. So, ich wünsche es ihm nicht nochmal, weil man kann sich ein besseres vorstellen, als er im Waldviertel ein Jahr lang im Altersheim zu arbeiten. Also ganz im Ernst, natürlich hat ihn das fürs Leben geprägt, wirklich viel gelernt, ob es immer schön war, ist dahingestellt, aber ihm wurde so viel Zeit weggenommen, das wünsche ich ihm wirklich nicht. Und da sind wir als Frauen in Österreich, ja Gott sei Dank, noch gut raus. Und in Österreich gibt es das ja noch, oder? Also Bundesheer oder Zivildienst. Und ich... Wenn Menschen zu uns wandern, die kriegen ja einen Sprachkurs, verpflichtend. Und ich bin mir sicher, dass die so ein Pflichtjahr, wenn es freiwillig wäre, nicht annehmen würden, weil sie vielleicht auch das gar nicht kennen, weil es auch eine ganz andere Kultur ist. Warum soll ich das machen? Auch eine Gefahr in, dass ich jetzt wieder in die rechte Ecke gestellt werde. Ich glaube, das wäre auch ein Integrationspunkt, dass diejenigen, die zu uns kommen, wissen, welche Werte werden hier gelebt. Aber ist doch auch geschieht. Wie gehen wir mit Frauen um? Wie gehen wir mit Andersdenkenden um? Und die machen das nicht freiwillig. Das sind Zugewanderte, die kommen aus ganz anderen Kulturkreisen. Da braucht es meines Erachtens eine Pflicht. Was sagen Sie dazu? Gerade bei den Männern. Wir sind uns ja einig, oder zumindest ich sehe das ja auch so, dass bei Integration dieses Bormor von Fördern und Fordern und dass man da irgendwie einfordert, wo uns in Deutschland, du solltest deutsche Sprache beherrschen, um auch die Staatsbürgerschaft zu kriegen, das steht für mich als Liberale auch komplett außer Frage. Aber es ist dann trotzdem ein Unterschied, ob man hier aufgewachsen ist und das Land trotzdem so tut, als wäre man ihm dann noch viel mehr schuldig. Wie Sie sagen, ganz richtig, wir sind der Staat. Aber wie viel kann der Staat denn von uns haben und wir wollen? Also man könnte sagen, da sind wir uns selbst schuldig, das Pflichtjahr. Weil wir ja selbst der Staat sind. Das klingt so schön. Aber nochmal zur Integration. Ist das nicht ein Punkt, um zu integrieren, dass die Menschen, die zu uns kommen? Aber nochmal, das sind aber zwei Paar Schuhe, der Gesamtdeutschland zu verpflichten und nochmal, Menschen, jungen Menschen vor allem, die hier geboren sind, wieso, mit welcher Rechtfertigung, also kann man das über junges Leben so entscheiden und das politisieren, als Politikum irgendwie heranzinieren? Das war der Wehrdienst ja auch. Der Wehrdienst war das ja auch. Ja, ich bin ja für Berufsinn. Nehmen wir anderthalb Jahre oder sowas jemanden in die Pflicht als Staat und das ist bei uns verfassungsrechtlich okay. Genau, aber hier geht es nicht um sicheren. Und darüber hinaus steht, dass Menschen natürlich nicht zur Zwangsarbeit und so weiter rekrutiert werden dürfen, was ja auch gut und richtig ist, nach der Erfahrung im Dritten Reich, Arbeitsdienst und so weiter, aber, dass der Staat im Rahmen allgemeiner Bürgerpflichten die Menschen verpflichten darf. Das ist die Rechtsgrundlage. Und jetzt müssen wir nur auslegen, was wir unter allgemeiner Bürgerpflichten verstehen oder nicht verstehen. Deswegen ist die juristische Frage, ob das am Ende durchsetzbar ist, ist am Ende das Verfassungsgericht entscheidend. Aber es ist durchaus denkbar, dass es legitim ist. Ne, ist es ja auch in Österreich so. Also das Bundesheer und das ist in Deutschland nicht anders, das ist ja eben Bürgerpflicht aus Sicherheitsgründen, um das Land verteidigen zu können. Das kann man hier vielleicht nur irgendwie rechtfertigen. Und in Österreich ist ja auch nur die Alternative, wenn du das eine nicht machst, dann machst du das andere. So, also vielleicht könnte man das in Deutschland nicht. Das war das bei uns ja auch. Genau, das. Aber nochmal, auch da, habe ich nicht das Gefühl, dass der Staat irgendwie zu wenig Ressourcen oder Kapazitäten hätte. Also wenn man zum Beispiel die Bundeswehr, ich sage immer das Bundesheer in Österreich, dann sollte man das Geld dorthin stopfen. Ich glaube nicht, dass der deutsche Staat nicht fett genug ist, um das leisten zu können. Ich weiß, es geht nicht ums Geld bei dem Pflichtjahr jetzt. Das hat ja Steinmeier nochmal betont, da geht es nicht ums Geld. Die sollen vielleicht ja sogar was kriegen. Hoffe ich sehr. Aber diese... Die würden was kriegen. Beim Zivildienst hat man ja auch was gekriegt. Aber diese Kuzpe, dass der Staat irgendwie eben als Erzieher fungiert, und da spreche ich nicht von Basics, wie Deutsch können, um die Staatsbürgerschaft zu kriegen oder zu haben, wie auch immer, sondern um ihnen einzuimpfen, wie das miteinander gehen muss. Ich finde, das hat so was Übergriffiges. Aber in der Praxis findet das ja nicht statt. Da steht ja nicht ein Staatsbeamter, der sagt, du musst jetzt so und so und so dienen, wenn du da dich um die alte Dame in dem Alter sein kümmerst. Stattdessen macht man Selbstwirksamkeitserfahrungen. Man macht die Erfahrung, dass man wichtig ist, dass man gebraucht ist. Und ich habe in meiner Gemeinde für alte Damen eingekauft und den Kohle aus dem Keller geholt. Und die haben sich die ganze Woche darauf gefreut, dass ich gekommen bin. So, das gibt einem ja auch was zurück. Sie stellen das immer so dar, als wäre das so ein Spiel auf ein Tor, von dem derjenige, der es macht, am Ende gar nichts hat. Und jetzt gerade unter diesen Integrationsgesichtspunkten einen Deutschkurs machen, dann gehe ich nicht hin, dann lerne ich nicht richtig, und was weiß ich, was alles. Deswegen schmeißt mich ja keiner wieder raus. Aber wenn ich jetzt in einem Arbeitsumfeld bin, wo ich die Sprache können muss, wo ich unmittelbar damit konfrontiert bin, dann findet ein ganz anderes aktives Lernen und ein Hineinwachsen in die Kultur statt. Und da wir ja nun sehr, sehr viele Migranten haben und da wir natürlich eine gewaltige Integrationsfrage haben, wäre das ein großartiger Beitrag. Ich kann aber nicht sagen, das müssen nur die machen, die aus anderen Ländern zugewandert sind. Weil das ist verfassungsrechtlich. Logisch. Ausgeschlossen. Und die werden sich dann stigmatisiert fühlen. Ich denke, wir sollten es tun, einfach aus der utilitaristischen Abwägung, bei all den Bedenken. Ich kann liberalen Gedanken ja eine Menge abgewinnen. Aber ich würde sagen, wenn ich mir die Waagschale angucke und gucke, wie viele Klötzchen kommen auf die einen Seite, die dagegen sprechen und wie viele dafür, dann finde ich, ist die Waage sehr eindeutig. Gut, irgendwie muss ich für den Staat ja lieb haben. Was war da die letzte Gegenrede? Na, also na. Ich bin, wenn Herr Precht sagt, er mag das Wort Pflicht, ich mag das Wort Freiheit und ich finde, das sollten wir auch genauso weiter streiten. Vielleicht nennen wir es einfach anders. Ich meine Gesellschaft. Gesellschaft, ja. Genau. Also es gibt ja auch Dinge, die können wir einfach gesetzlich nicht machen. Ich glaube, der Bock und Förde, war das, der gesagt hat, ein säkularisierter, liberaler Staat lebt vom Voraussetzten, die ja nicht selbst garantieren. Waren auch größte Ökonomen. Ich glaube, Röpke, der gesagt hat in seinem Buch Jenseits von Angebot und Nachfrage, es braucht so etwas wie Verantwortung, das können wir nicht irgendwie ins Gesetz. Und so ein Gesellschaftsjahr vermittelt doch genau das, dieses, was zwischen den Zahlen vermittelt werden muss. Wie wollen Sie das sonst? Oder um noch einen draufzusetzen, in einem Land, in dem wir immer individualistischer werden, was ja eine positive Entwicklung erstmal ist. Wir haben ja mal bekommen, wie uniformiert Menschen früher gelebt haben. Und dass wir heute sehr viel mehr Selbstverwirklichungsmöglichkeiten haben, als je eine Kultur auf der Erde. Das ist eine wahnsinnig positive Entwicklung, die ich unter liberalen Gesichtspunkten sehr gut finde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie eine noch weiter sich individualisierende Gesellschaft, sich als Gesellschaft überhaupt und als Gemeinschaft irgendwo noch wiederfinden soll. Und wenn sie da nicht parallel zu ihrer Freiheitsentwicklung irgendwie gegenarbeitet, dann habe ich enormen Angst, dass sonst der Laden auseinanderfliegt. Ich sehe bei dieser Individualisierung schon wieder das ganz andere Problem, nämlich dass Menschen, die sich selbst als sehr individualistisch wahrnehmen, eigentlich das Gegenteil machen. Jetzt haben wir beim Stichwort Identitätspolitik, oder? Dieses Menschen glauben, sie sind ganz besonders, wenn sie sich in eine Kaste einrichten, aller Hautfarbe, Geschlecht, etc. und merken gar nicht, dass sie irgendwie einen Neokollektivismus rehabilitieren. Und das sehe ich auch als Problem. Aber da wiederum würde ich auch ganz woanders ansetzen, nämlich eine Politik, die da ein anderes, sondern ein liberales Menschenbild prägt, die sagt, wir sind alle individuell, wir müssen gar nicht all dasselbe denken. Aber ich glaube, dass bevor wir bei irgendwelchen Pflichten sind, weil jetzt, wenn sie beide dafür sind, was glauben wir denn, macht so die Vorschreibung eines Pflichtjahres mit den Menschen, die sich jetzt eh schon eben vom Staat durch die letzten Jahre, wir stolpern ja gerade minütlich von Krise zu Krise und die zahlen ja alle auf dasselbe Thema ein. Das macht ihr mit den Menschen nur noch mehr. Ich glaube, man müsste ihnen vielleicht das sogar ein bisschen entgegenkommen und ihnen sagen, wir akzeptieren, was ihr denkt und sagt, wir teilen es nicht, aber solange ihr nicht gegen das Strafgesetz verstößt, macht es, was ihr wollt. Also da bin ich absolut für weniger Staat eben, ganz im Sinne einer liberalen Politik, bevor da irgendwelche neuen Pflichten kommen. Ich glaube, das führt uns nirgendwo. Ich kann mir vorstellen, dass die gleichen Leute, die diese Ablehnung gegenüber dem Staat haben und sagen, ich will mehr Freiheit und ich will nicht mehr weiterhin die Pflicht genommen werden und ich lehne den Staat ab und so weiter, in dem Moment, wo die das Pflichtjahr machen und dann anfangen, wenn sie es nicht, gesellschaftsjahr, anfangen, arbeiten im Wald zu machen oder sich in ihrer Kommune irgendeine Art Tafel machen oder für Kinder aus armen Elternhäusern sich dafür einsetzen, dass sie regelmäßig ihre Mittagsmahlzeit kriegen und so weiter, dass die, wenn die einmal mit der Tätigkeit angefangen haben, dann gar nicht mehr daran denken, ich mache hier irgendwas, wozu der Staat mich verpflichtet, sondern im Gegenteil, dass sie ohne es zu merken wieder an den Staat heranwachsen. Das ist das, was ich glaube, würde tatsächlich eintreten. Ich glaube nicht, dass wir einen Bürgerkrieg kriegen, wenn wir Gesellschaftsjahre einführen. Ich glaube eigentlich an den Bürgerkrieg. Aber ich glaube auch tatsächlich an die positiven Folgen, ich will nur so nicht dahin. Und ich glaube, dass wenn es angekündigt wäre, hätten wir Hetzungsgesetz-ähnliche Hubert-Eiwanger-Zustände. Das glaube ich schon. Also nicht Bürgerkrieg, aber die Reaktion darauf. Und deswegen halte ich das jetzt für ein Gott, hoffentlich bitte, Sommerloch-Thema. Aber ich sage, da müssen wir durch. Am Anfang sagen wir dasselbe. Wenn sie mit so einer Idee kommen, anfangen, wird die verlacht. Und wenn die merken, sie meinen das wirklich ernst, dann wird sie bekämpft. Sie kommt jeden Sommer. Und wenn sie sich einmal durchgesetzt hat, dann gilt es ja als so selbstverständlich, dass die Leute sich später gar nicht mehr daran erinnern, dass es dieses Gesellschaftsjahre nicht gegeben hat. Menschen überschätzen enorm, wie schlimm etwas wird. Und sie unterschätzen, wie stark sie sich an verändernde Verhältnisse sich assimilieren können. Wenn sie einmal wirklich dabei sind. Das ist doch das Gleiche. Ich meine, die stärkste Grundablehnung aus rassistischen Motiven gegenüber Migranten haben sie dort, wo die wenigsten sind. Und wenn sie im direkten Austausch sind, dann ist die Rassismus-Sache in den großen Städten und so weiter von absolut untergeordneter Bedeutung. Dann können sie sich um die tatsächlichen Integrationsprobleme und sowas kümmern. Das heißt, wenn sie die Dinge nur aus der Ferne sehen, dann machen sie einen Dämon aus den Sachen. Aber wenn sie unmittelbar damit umgeben sind, dann lernen sie damit umzugehen, im Guten wie im Schlechten, zu erkennen, wie die realistische Lage aussieht. Aber es ist ein Thema, was wir nicht parteipolitisch, glaube ich, diskutieren können in Deutschland, sondern es muss, und da gebe ich Ihnen irgendwo indirekt recht, dass Sie sagen, ihr könnt das nicht einfach durchdrücken, sondern es braucht einen gesellschaftlichen Konsens. Deswegen freue ich mich, dass der Bundespräsident auch diese Debatte angefacht hat. Und heute höre ich auch Stimmen aus der SPD. Und da würde ich sagen, sofort die Hand reichen. Wir kommen ins Gespräch. Das ist nicht parteipolitisch, meines Erachtens bedingt, sondern das ist gesellschaftspolitisch wichtig. Danke für die Debatte. Ich möchte trotzdem ein Thema jetzt zum Schluss nochmal ansprechen, nämlich der Podcast heißt Einfach mal machen. Und das wäre vielleicht jetzt, ja, dass wir damit rausgehen, ein wichtiges Thema auch für mich, weil ich einfach spüre, für mich persönlich ist es, der E-Mail-Account ist so ein bisschen mein Seismograph. Da kann ich irgendwie erkennen, wie die Stimmung ist. Jetzt erlebe ich das genau andersrum. Erbrecht, wenn Sie im Zug angesprochen werden, nur positiv. Bei mir im E-Mail-Account ist es genau andersrum, nur negativ. Jetzt kann es sein, dass es so eine private Imperie ist, die ich nicht übertragen kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Land erlarmt, dass Lethargie sich breitmacht, eine Verzweiflungskultur, über die Debattenkultur haben wir gerade gesprochen, Mut fehlt. Ich merke das auch in der Politik, irgendwie will keiner mehr die Verantwortung übernehmen. Bei Corona haben wir das gesehen, ich bin nicht verantwortlich, die sind verantwortlich, die, oder oft ist es auch so in der Bildungspolitik oder in der, weiß nicht, bei Landwirtschaft, sehe ich es auch oft, nein, wir im Bund sind nicht zuständig, Land oder Brüssel, also irgendwie ist hier was in der Schwebe, habe ich so das Gefühl und irgendwie muss hier so ein Ruck wieder durchs Land des Machens, des Aufbruchs, Erneuerung, auch dass wir mal was ausprobieren. Ich meine, das Gesellschaftsjahr ist jetzt ein Riesenthema, aber am liebsten muss ich es mal zwei Jahre ausprobieren und dann treffen wir uns wieder und dann entscheiden wir, komm, geht es in die Tonne oder lassen was. Oder ich habe letztens mal eine Idee gemacht, einer steuerfreien Überstunde ab 40 Stunden, einfach mal ausprobieren, zwei Jahre, wenn es nicht geht, lassen wir es. Bei den Rentnern auch mal, wer freiwillig länger arbeiten will und hat einen Freibetrag von, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro im Jahr, lassen wir es mal ausprobieren, wenn es nicht geht, weg. So und wie kommen wir wieder in einen Modus rein, des Machens? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben so eine Stimmung wie Ende der 90er Jahre, damals gab es, ich glaube im April 97, den Roman Herzog, der diese bekannte Ruckrede unweit von hier im Adlon gehalten hat. Und erstens teilen Sie mal eine Analyse und B, was muss man machen, um diesen Mentalitätswandel herbeizuführen? Es ist ja viel mehr als nur ein Gefühl, oder? Also da, ich muss jetzt nicht 20 Umfragen zitieren, aber es war vorgestern in der FAZ, auch über Allensbach, glaube ich, das irgendwie Topmanager. Ja, genau das, oder? Und da geht es ja darum irgendwie, was wir alle sehen und spüren und bald schmerzhaft spüren werden, den Wohlstandsverlust in Deutschland, wo es um alles geht, oder? Als Wettbewerbsstandort, nämlich nicht nur um Fachkräfte, sondern auch um zu viel Regulierung, Steuern natürlich, Mangel der Digitalisierung, marode Infrastruktur, wir können wahrscheinlich alle fünf Geschichten über die Deutsche Bahn singen, das wir jetzt echt nicht müssen, aber es hakt ja gerade an allen Ecken und Enden und eigentlich müsste man, oder was heißt, müsste man, ich glaube, das ist unbestritten, die Wirtschaft ankurbeln und zwar genau an diesen Punkten und das ist auch so ein Punkt, Stichwort Integration auch, wenn die Menschen, es wollen ja gerade nicht mehr Fachkräfte kommen und da gab es ja gerade auch eine OECD-Studie, dass von 30.000, glaube ich, Fachkräften, die kommen wollten, sind, was nicht, ein paar Jahre später 10.000, naja, eure Bürokratie ist einfach viel zu mühsam. Also Deutschland ist so bräsig und so lahm und trotzdem immer moralisch sehr erhaben und das passt alles nicht zusammen. Wir wissen es eh, im Ausland immer sehr, wir zeigen allen, wie unsere Werte funktionieren und wir schaffen das und auch im Inland, was die ganze Energiewende angeht, wir machen zwar keinen Atomstrom mehr, aber wir kaufen ihn und wir werden das schaffen, wir sind auch die Ersten, die das Land komplett mit Wärmepumpen ausstatten, also da passt einiges nicht zusammen in Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung und Deutschland wird einfach zunehmend unattraktiver in ganz vielerlei Hinsicht. Also Sie glauben, wenn wir die Themen vernünftig angehen und beackern, bekommen wir wieder so eine Stimmung oder ist es vor allen Dingen auch eine Mindset-Frage? Also es ist eine Frage... Ich glaube, das eine folgt aus dem anderen. Da bin ich ja bei Ihnen, wenn Sie sagen, einfach mal ausprobieren und bei Steuern haben Sie mich und tausend andere sofort. Flatthacks, bitte, aber gut, machen wir mal was Sie sagen. Mir geht es jetzt gar nicht um die inhaltliche Buche, mir geht es um die Mindset. Nein, aber vor allem wirklich solche Dinge, die wirklich sofort allen Menschen irgendwas bringen und zwar vor allem, glaube ich, wirklich wirtschaftlich, weil wenn es den Menschen irgendwie wirtschaftlich gut geht, dann haben sie viel weniger Zeit, darüber nachzudenken, ob sie jetzt gendern müssen oder nicht, glaube ich. Also ich teile Ihre Analyse auch. Wer etwas erreichen will, setzt sich Ziele. Wer etwas verhindern will, sucht Gründe. Wir haben eine Diktatur der Gründe über die Ziele. Das haben wir schon relativ lange und jetzt kann ich aus der riesigen Fülle von all den Dingen, die man machen kann, damit man sich besser Ziele setzen kann, die haben ja schon einiges genannt, ich will ergänzend noch sagen, eines der größten Probleme in diesem Land, auch politisch überhaupt nicht angegangen, sind die Länge der Verfahrenswege. Das spielt nämlich eine riesige Rolle. Also wenn Sie irgendeine Infrastruktur oder Immobilienprojekte oder irgendwas machen sollen, Sie können ja sozusagen über Jahre hinweg und so weiter über alle Instanzen klagen, also über drei Grundinstanzen hinweg. Das ist alles ein irrsinnig langer Weg und das lähmt. Was könnte man es nicht machen, dass man schon auf der ersten Entscheidungsebene viel breiter die Bevölkerung mit einbezieht, dass man aber die Tiefe der Verfahrenswege deutlich kürzer macht, dass man nur zwei hat. Das heißt, es gibt eine Entscheidung und da kann man nur an einem einzigen Gericht nochmal gegen klagen und dann Schluss. Und nicht, dass man das sozusagen von Instanz zu Instanz und immer weitermacht. Also das wäre zu meint. Und das Gleiche gilt für Entbürokratisierung. Entbürokratisierung ist eine der wichtigsten Dinge überhaupt. Ich bringe auch nur ein winzig kleines Beispiel stellvertretend für tausend Sachen. Ich beschäftige mich ja viel mit der Frage, wie könnte ein gutes Bildungssystem aussehen. War praktisch in der Schule meines Sohnes. Die machten das Thema Blätter in der Schule mit der Biologielehrerin und das machten die auf Arbeitsblättern. Und dann sagte ich, wieso eigentlich auf Arbeitsblättern, warum nicht mit echten Blättern im Wald? Und dann sagte sie, ja, ist eine schöne Idee. Ich sage, ja, machen Sie den Bio-Unterricht im Sommer doch im Wald. Und dann sagte sie, ach nee, das geht nicht. Da brauche ich eine zweite Aufsichtsperson aus juristischen Gründen und die steht nicht zur Verfügung. Und dieses winzig kleine Beispiel sagt einfach nur, wir sind in unseren Ideen, Ideen können wir ja haben, aber so wie die erste Umsetzung kommt, geht das aus juristischen Gründen, das nicht und so weiter. Und das Problem ist leider bekannt aus der Komplexitätsforschung, dass jeder Versuch, Komplexität zu reduzieren, Komplexität erhöht. Man schafft ein neues Gremium, das dafür da ist, eine Entbürokratisierung aller Herr Stoiber in Brüssel, hat nichts am Ende entbürokratisiert. Wir müssen viel mehr Intelligenz wirklich darauf verwenden, wie wir die absolute Verkrustung durch Überbürokratisierung und Überregulierung aufheben. Dann glaube ich, wenn der Initiativgeist wieder belohnt werden kann, dann wird er auch kommen. Anna Schneider, Richard David Precht, vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ich könnte hier noch zehn Stunden sitzen. Kickern Sie gern? Ich kicker gerne, aber ich habe es in meinem Leben so dermaßen selten gemacht, dass ich mich wahrscheinlich dilettantisch aufhören will. Was haben Sie mehr gemacht? Daten, Billard spielen? Oder war Kneipe nie so Ihr Ding? Ja, Billard. Das war eines Zivildienstes. Das habe ich in der Mittagspause mit mir selbst Billard gespielt. Das kann ich ganz passabel. Ja, dann gewinnt man immer. Das ist natürlich eine gute Sache. Frau Schneider, sind Sie in Kneipen-Kind? Ich gehe gerne in Kneipen, aber ich kann nicht kickern. Also ich entschuldige mich jetzt schon. Ja. Und haben Sie sonst andere Dinge noch? Das ist falsch rum. Nein, ich trinke grundsätzlich nur Bier in der Kneipe. Nur Bier? Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir machen das jetzt. Wir spielen bis zwei. Letztes Mal mussten wir bis drei spielen, weil das so schnell geht. Aber wir sagen jetzt, wir spielen bis zwei. Und müssen den einmal drehen. So, ich gehe jetzt hier rum. Genau. Vielen Dank. So, ihr habt auch eine gute Sendung heute, ne? Ja. Ja, nicht... Ja. Super. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ding ausgeht. Im Fußball? Ball? Achso, so generell? Ja. Eben, das fangt schon mal an. Red Bull Leipzig? Nee. Na, aber ich habe ja aus auch Gründen viel Liebe für die dazu. Ja. Interessieren Sie sich für Fußball, Herr Pott? Sehr. Sehr? Mit Dynamo Kier, richtig? Ja, mit Dynamo Kier fing das alles an. Stimmt, sogar Wikipedia, ja. Weil als Kind aus linken Verhältnissen meine Eltern im Fußball doof gefunden, weil die fanden das zu rechts, ja, und dann gegen Kiew konnten sie natürlich nichts sagen, aber kam er staunlich selten im deutschen Fußball vor. Also die Zeit lang waren die ja mal richtig gut in den 70ern. Ja. Und ich kann die ganzen Mannschaftsaufstellungen noch auswendig. Ja, so können wir jagen. Also wenn Sie so weiterspielen, wenn Sie so weiterspielen, spielen wir bis eins. Ja, genau. Ich glaube... Und in Deutschland, welche Mannschaft Favorit? Mein Sohn war Dortmund-Fan und ich bin eigentlich immer gegen Bayern gewesen, weil diese Monopolbildung, dass einer immer nur gewinnt, das habe ich nicht gerne. Das finde ich übel, das ist schlecht. Ja, und deswegen freue ich mich über jeden, der den Bayern Konkurrenz macht. Ja, da sind wir uns einig. Frau Schneider, gibt es mir einen anderen Sportart, einen anderen Sportart, die Sie mögen? Nein, nein, nein. Als Österreicherin kann man deutschen Fußball ja eh nicht so wirklich mögen. Das ist das Einzige. So. Sehen Sie, jetzt steht es 1-0. 1-0. Ist zwei, weiter geht's. Ich stelle immer eine Frage hier. Soll ich den reinwerfen? Ja, machen wir das so. Ist egal, ja. So, es ist kurz vorm Sieg. Ja. Jetzt müssen wir uns richtig konzentrieren. Sehr gut. Sehr gut. Eine Frage stelle ich immer noch beim Kickern. Was würden Sie als erstes machen, wenn Sie Bundeskanzler wären? Jetzt fängt mal Herr Precht an und Frau Schneider schließt ab. Ja, ich würde eine echte wertegeleitete Außenpolitik machen, nicht das, was als solche verkauft wird. Ich würde nämlich gucken, was die wirklich wichtigen Werte auf diesem Planeten sind. Ja. Und da geht es darum, dass wir als Menschheit lernen, zu überleben unter den jetzigen Bedingungen. Ja. Und das ist sehr viel wichtiger, als vieles von dem, was wir wertegeleitete Außenpolitik nennen. Sie schreiben auch ein Buch? Ja, eine gründliche Revision dessen. Sehr gut. Sie schreiben ein Buch darüber? Ja. Wann kommt das raus? Boah, ich denke nächstes Jahr, im Frühjahr vielleicht schon ein bisschen eher. Es ist kein dickes Buch. Wie, Sie sagen über Ihr eigenes Buch, es wird kein gutes Buch? Nein, das hoffe ich doch, aber kein dickes Buch. Ach, kein dickes Buch. Ich schreibe da jetzt kein Wälzer, sondern ein Essay, ein Meinungsstück. Okay. Weil, wie viele Bestseller hatten Sie jetzt insgesamt? Äh, ich glaube 14. Wahnsinn. Frau Schneider, schreiben Sie auch gerade ein Buch? Oder haben Sie noch? Ich bin gerade mit meinem echten Leben beschäftigt. Sehr gut, sehr gut. Wenn Sie Bundeskanzlerin wären, das geht ja überhaupt nicht rein. Frau Schneider, wenn Sie Bundeskanzlerin wären, was würden Sie dann machen? Ich kann es wirklich in einem Wort sagen. Flat Tax. Und alle anderen Probleme, glaube ich, lösen sich. Flat Tax auf alles? Jetzt nur auf Steuern bezogen, oder? Ja, Steuern. Weil die gerecht ist? Ja. Es muss aber dann hohe Freibeträge geben, ne? Ich glaube, sie sonst in unserem Steuersystem nicht so schnell irgendwas ändert, wenn man nur einen kleinen Schrauben bringt. Deswegen einfach mal... Einfach mal machen. Wie ist der Schrumpeter-Satz? Kreative Zerstörung. Sehr gut. So. 1-1. 1-1? So, jetzt müsst ihr weiterschwinden. Es tut mir leid. Also, ich glaube... Das habe ich ja befürchtet. Sehr gut. Wenn Ihnen zu hoch geht, oder? Wäre denn Politik überhaupt was für Sie, Frau Schneider? Können Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen? Naja, ich war ja quasi schon am Rande, oder? Also, ich war ja im NEOS-Parlamentsklub. Ja. Und habe dort ja schon für die NEOS inhaltlich gearbeitet. Also, Anfragen, Anträge. Glücksdorfer. Für Wund. 2 zu 1. Ich bedanke mich bei Frau Schneider, bei Richard David Precht. Hat richtig Spaß gemacht. War eine tolle Sendung. Ihnen wünsche ich alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann die achte Folge. In wenigen Wochen schon wieder mit zwei Top-Gästen. Bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.